Ich hoff'n dir einen Moment. Serviet, schaff' ich's diesmal erst mal, ne? Oh. Oh, dude. Dude. Lass mich schnell zu... Brieffesten kommen, bitte. Schlossfeld. Oh, guck mal. Aber dafür geht's bestimmt schnell. Was denn? Ja, standen wollen. Ja. Ist mir eigentlich egal, was kommt. Hauptsache, weg geht auch noch. Und eine Banane, die ich mir hier schon vor ein paar Stunden hingelegt habe. But the battle was too intense for Scooby to eat. Even to think of eating. Wo ist die Bananenwirberseite, hier? Even to think about thinking about eating. A banana. Banana, Joe. Aber im Fettchen springt da, ist ja die Banana Position. Ja, ich hab' die beste Banana Position gemacht, die er am Tag gesehen hat. Ja. Und jetzt ganz einfach gesehen hat. Ja. 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 So, ja, zwei Stärke-Sockel drin. Stärke-Gurken, gell? Stärke-Gurken? Die magst du denn so? Wir können das tatsächlich schaffen, das Equip zu haben, was jetzt die top-rated Leute haben im Augenblick. So. Bummt. Aber du hast es versucht, Korto. Ja, darfst du. Oh, man, die sind zwei durchgebrochen. Ich spawne in einer Sekunde. Einer down. Ah, 17k reingekriegt. Ja, das ist noch gut. Also später machen wir keinen Damage. Jetzt schon hier come down. Ich meine, mir fehlen ja auch noch 2700 Stärke zu meinem Maxed-Out-Character. Oh, ich hab' ein paar mehr. Ich hab' genau 105. Also 100.005. Hoppe. Was? 3 Tonnen nach 102 macht. Ich will wohl auch noch ein bisschen mehr werden. Wieviel hab' ich denn an Rüstungen? Ich bin schon zufrieden, wenn ich alle vier sind Stunts hier raus hab. Ich hab' jetzt schon 28.000 Rüstung. Das sind 52% Damage Reduce. 52%! Oh, man. Damage hochgefahren. Ich hab'n Damage hochgefahren. Ich muss sagen, im Augenblick find' ich den Damage gar nicht so anwürgen, wie ich gedacht hab'n. Nee, ich auch nicht. Ich hab'n. Ich dachte auch, wenn wir uns so richtig zerfetzen halt. Und considering, dass ich hier immer noch meine 7k Crits fahre, Moment. Ist das... krass. Gold-Montor is under pressure. Naja. Mhm. Aber das Tor an sich steht noch. Bisschen mehr als 50%. Wobei ist das denn? Wenn du mit der Maus drüber gehst, siehst du das. Oh Gott. Haben wir die Chance, hm? Na, ist das jetzt auch ausgerechnet so ein Massen-Battleground? Oh Gott. Ich hab'n Rope genügend. Oh ne, jetzt lebt er wieder. Und jetzt ist der Tor. Und jetzt ist der Tor. Na, ich sollte vielleicht so als Healer doch in die Kanone gehen. Das wäre sinnvoll im Augenblick. Maximum DPS. Ich bin auch noch gut dabei, ja. Wir haben Platz 7. Ich bin auch noch. Ich hab'n Rope genügend. Ich hab'n Rope genügend. Ich hab'n Rope genügend. ankommen ich komme da nicht dran ich habe aber noch nicht mein 85er skill gekauft und du auch nicht die kann nur machen fast 30k eine belastungswaffe ist mystic das kann man auch scheiße wot fuc einfach mal 25kcal ich mache 25kcal pfff auch das kann er auch scheiße weißt du, w.o.w. pvp kommen hier gerade so transparent vor irgendwie ja, mir auch warum ist das auch vorher nie so gewesen da denk ich immer, wie kann der jetzt noch 50k damage der damage den ich kriege ist wirklich irgendwo ja super nachlässig ist logisch ist nicht so 80k kriegt kommen keine neuen bedarungsmaschinen doch, da kommt die sehr ruhig die küche geht schon mal zu nahe jetzt haben sie meine kanone zerlegt küche lässt sich hier nicht steichen damn das wäre die erste runde hier, oder? wo wir verteidigen sind ja, wir haben verdammt guten job vergleich zu den fabrikarbeitern voll spart was sind vier was sind vier rausgebracht, zehn sekunden wartezeit das ist verifizieren mehr kann man nicht tun im Moment ich stehe auf acht ehre haben die wo bomben dabei? ja ich gehe hier ich gehe hier ich gehe hier wo die season anfängt weil wir müssen zur sicherheit bevor die season anfängt unbedingt die waffen kriegen nicht dass die sperre dann sozusagen erst ab dann neu zählt auch wäre das kacke weil sozusagen die alte season im Augenblick noch ist ja aber wann ist wäre genau der tag eine woche nach Patchy ist? ich habe keine ahnung ach 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 wann war denn der Pit? 28? ne, das wäre heule also dann wäre eine woche danach heute oder? ein er 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 totale er 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 , ja Chinese People er hallo grüße Mommy and Puppy and Mommy and Rainbows and Unicorns ist der haben wir das so auch noch jetzt wir schaffen es tatsächlich volle Zeit das Ding bedenklich aufzuhalten du kommst nicht vorbei das bringt es jetzt für heute total noch hier 10 Sekunden raus ach man warum Kulda warum du musst mich immer noch ärgern was hab ich denn gemacht du hast mir Bubble gegeben ja du musst ja hier auch keine Akku halten wo ist denn das Problem ich wurde nicht wirklich genug Kulda ich möchte Perfektionismus hin ja wir haben schon mal 47 Bonus gekriegt wir kriegen wahrscheinlich für jedes zerstörte Tor auch irgendwie 20 oder so also im Angriff deutlich mehr das wird erklären warum die Horde schon so viel mehr obwohl die auch ziemlich viel mehr Sieger haben nein deswegen ja wohl nicht das wird aber gut passen ja stimmt ich brauch ne Belangungsmaschine weil sonst bin ich Us same ich bin drin wuuu wenn ich es nehme weiß nicht wurde nicht gesagt ich diese los ich nehme grün ich bin hängen geblieben die Horde ist ja überhaupt nicht da haben die wenige Leute also bei uns sind die da für alle meine bist du auf anderen Seite ja nice das finde ich gut hält sie auf fangen wir wup sind wir durch guck es gibt nur eine Heser dafür es gibt ne ganze Menge Tore oh der Weg ist frei aber wie lange ich die aufhalte Kulda hier gibt es niemanden wir haben schon ich hält sie weiter auf wir haben schon gewonnen das können die gar nicht auf aufholen allein vom Lauftempo an stürm auf die Bastille you guys speedrun unser erstes Stand der Uralden ist auch gleichzeitig ein Tutorial für den speedrun haha so macht man das ja aber die sind deutlich langsamer als auf den Nicht-Hirurgs vielleicht sind ja auch alle für langsamer keine Ahnung hier wird weiter gestunt von Skull jetzt ist mein Ding gestunt worden wieso kannst du denn gestunt werden? ja ich würde es hing fest also es hing nicht fest sondern es konnte nicht weiter oder? aber der andere der zieht durch ok du hast ja auch noch HP go for it 250k hab ich noch ich hab dich ja aufm Schirm dammit aber ne heile Maschine ist am Tor ich nehm hier schon mal so ne Bombe hin jetzt ist es wichtig hier alle zu heilen weil das die beste Chance direkt einmal durchzukommen ah dammit ja ja na pahler mit Flügel dann wollen wir nichts machen ja 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 das klappt ja ich hab das nicht ach das ist wunderbar ich hätte ihn sonst spissi das wäre ein Bubble gemacht wenn es nochmal knapp werden können wenn ich dann möchte ich ich hab Sprengladung mit und eine Beladungsmaschine umschauen ich hab Sprengladung und wir haben drei Dinger im Hof eine Stunt zwei noch eine noch ich fand wirklich nur meine Stunt aber ist ok ist ok jeder drauf zählt was sie wurde wirklich gestand Koja ist hier Fakt was meinst du ist cool oder Fakt meinst du lieber warten ja ich versuche ja mal zu warten genau warte mal von wo kommen die ich geh auch runter und hole eine so ich versuche mich hier so zu tarnen die tarnen sie mich nicht sofort sehen ach ich hab sie sehen mich so bin unterwegs bist du da gegenüber? ja ne gegenüber bin ich nicht ne bist du hinter mir? ich komme jetzt durchs Tor ok bei hier sind noch zwei andere Maschinen ja wenn die go machen mach ich go oder sag wait for sick wir werden hier schon angegriffen wir werden hier schon angegriffen ja dann rein we're taking casualties woher die man auch klingeln 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 aber zwei sind geblieben ja massenfier ach scheiße ich beschütze mich ich hab noch ich hab's beschädigt zieh's weiter vier Schuss geschafft ich muss mit meinen Sprengladen durchkommen ja wir sind durch boah boah sofort war da einer oder was? boah wie viel Schaden ich gemacht habe unter den Heelern unter den Heelern er ist ein Damage-Dealer unter den Heelern Kaja wir haben was bewirkt glaube ich ja und wenn ich ehre war es nicht ne 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 jetzt hab ich schon vergessen weil ich hier wollte Steine kaufen vielleicht 1k Ehre schon wieder oh mein wir wissen was violett schon aber ich trau jetzt gleich hin jetzt geht das Insta ja jetzt will ich erstmal kurz Steine holen und die Hosen verzaubern 20 Treppe werden 20 stark so rot und gelb ich hole 14 Intelligenz oder für die Stärke ne rot muss ich für die Intelligenz ne rot muss ich für die Intelligenz so gibt es 40er Abhältungssteine oder nur die 20er ich denk es gibt jetzt 40er ich das 20er sehe und mir denken wie wo das ist ist so ich 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 30 Gold gerade mal wo hast du denn irgen gefunden im Auktionshof ach da oben geht man auf weiter ach meine Don läuft grad nicht da bin ich voll aufgeschwissen so 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 was brauche ich hier noch also ne Beinverzaugung hab ich noch gar nicht oh blau was kann ich da sinnvolles nehmen Willenskraft ne ja oh das lächelt sich aus da oh man das ist sick ja wo sind die Epics wo sind die Epics was kann ich noch für einen blauen da sind sie Beinverzaugung tch 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 nice ich kann ja mein Schild dann auch verzaubern das mach ich da wohl drauf ich glaub Abhändung gibts da für tatsächlich oder Ausdau da ist er ja mächtiger magischer Zauberfahrer da ist er ja mächtiger magischer Zauberfahrer wie die Grenzen nehmen soll äh mit Willenskraft oder mit Ausdauer was willst du sagen was waren nochmal die Dinge die Auswahlmöglichkeiten Willenskraft oder Ausdauer cool cool aber ich würde erzähle ich willenskraft 3 machen ja nehm ich auch nehm ich auch nehm ich auch's gut ich hätte nicht auf dich gehörten müssen ja cool 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 so zieht man meine meine Dings hier explodieren oh ich hab's egal Einstein noch nicht gekauft tch tch tch